Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Grillsaison steht vor den Türen. Was heisst das für uns Männer? Grillgabeln fassen und ab in den Garten. Susanne, was machen wir? Wir holen den Sommer ins Studio und machen Kalbs-Melonespiesli mit Aceto-Butter. Und das sind meine Zudaten. Und wir können hier im Studio nicht anfangen zu feiern und anfangen zu rauchen. Darum zeige ich Ihnen eine Variante für den Backofen. Was, was? Dann grillieren. Backofen, was ich nicht brauche? Grillieren, hey. Auf jeden Fall. Viel Spass. Ich zeige Ihnen einfach eine Schlechtwetter-Variante. So kann man die nämlich auch nennen. Ich habe hier das Fleisch am Mariniere. In dieser Marinade hat es drin Olivenöl, Nobli, Zitronenzeste, dann mit Aceto-Basamico, Pfeffer. Jetzt sollen wir es gleich salzen und aufrollen. Das gibt es eine schöne Schnecke. Und dann hier aufspiessen. Nehmen wir noch Melonen, wickeln das ein, wickeln in Rohschenken. Ebenfalls aufspiessen. Und jetzt ist der Spiesli parat. Da sind wir vier Stückchen drauf. So. Hey, was ist da draussen? Schau mal, wie das geht. Wunderbar, da mit dem Grill. Ja, aber das ist doch keine rechte Gruppe. Ja, wenn keine rechte Gruppe, kannst du deine Würstchen bringen, oder was sind das? Spiesli? Spiesli. Spiesli aufgekocht, ganz stark reduzieren lassen, bis nur noch wenig drin hat. Und jetzt ausgekühlt kann ich es hier zu dieser Butter hinein geben. Dann darf ich hier noch ein wenig würzen mit Salz und Pfeffer. Und dann gut anfangen zu verrühren. Das geht ein Moment, das mache ich aber nachher als schöne gleichmässige Masset. Und dann streiche ich es anschliessend hier drauf, auf das Blechreinpapier. Und das geht dann in die Tiefkühler hinein für eine halbe Stunde. Ui. Gute, Susa. Gute. Ich kann schon ein Brat wieder springen. Daraus ist Spiesli auch gut. Ja, ja, Spiesli ist auch gut. Okay, Moment. Sie haben ja gesehen, unser Kalffleisch ist rosa und das hat seinen guten Grund. Jetzt sehen Sie gerade warum. Nach dem Natura Beef und dem Natura Pork hat Coop in Partnerschaft mit dem Schweizer Tierschutz ein Natura-Plan-Programm für Kälber entwickelt. Die strengen Richtlinien, die weit über die Gesetzesvorschriften hinausgehen, setzen bei Haltung, Fütterung und Auslauf neue Massstäbe. Natura-Plan-Kälber können jederzeit an die frische Luft und verfügen über mehr als doppelt so viel Auslauffläche, als vom Tierschutzgesetz verlangt wird. Sie haben jederzeit Zugang zu frischem Wasser und Heu, bekommen viel Vollmilch oder Milchnebenprodukte wie Buttermilch oder Magermilch. Der Aufwand für die Haltung mit Auslaufen ist natürlich schon grösser, aber auch der Ertrag. Und die Kosten für die Medikamente sind tiefer. Die Erhaltung nach der Richtlinie von Coop Natura-Plan macht sich also auch finanziell bezahlt. So, wir sind wieder beim Kochen. Jetzt schneiden wir uns schön Aceto-Butter auf. Ich habe gedacht, das mal ein bisschen Rommel zu schneiden. Das kann man auch sehr gut mit anderem Kräuterbutter machen oder wenn Sie früher gehen, den wieder eingefrieren. Nebenzu habe ich hier noch einen Blattsalat, den ich jetzt gerade anrichten, weil obendrauf werden die Spiesschen gerade angerichtet. Und Bruno, wie läuft es mit dem neuen Grill? Hast du ein paar Probleme? Kannst du mal zu mir in den Grillkurs kommen? Rene? Ja? Und deine Spiesschen, sind sie so weit? Ja, die sind... Ui, 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 ui... Uuuu... Du, die können schon durchsiein, gell? Das macht nichts, wenn die kleine durchsiein. Mmm... In diesem Fall... wählen wir doch ein Schlechtwetterprogramm. Wir haben eine Portion, ein Taub, 240 Grad, während 10 Minuten. Die richten wir jetzt an. Dann noch ein bisschen Aceto-Butter drauf. So, wir brauchen noch ein bisschen Brot, also ein feines Bio-Köller-Brot, ein Monatsbrot dazu. Und ich wünsche Ihnen einen guten, das Rezept ist nachzulesen in der Google-Zeitung oder im Internet. Wow, sieht dann fein aus. Du, Reni, darf ich von deinen probieren? Ich würde so gerne. Weisst du, die vom Grill, so richtig mit Holzkohlen-Geschmack. Seien Sie jetzt sicher, was wir am nächsten Mittag bei uns haben? Und zwar besuchen wir mit einer Schulklasse einen Bauernhof. Nicht irgendeinen Bauernhof, sondern einen Bio-Bauernhof. Das heisst, wir sehen, wie spannend das Bio-Landwirtschaft kann sein. Schönen Abend miteinander. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Woche. Ja, ja. Sicher spannend, der Bio-Bauernhof. Meinst du? Ja, ja, ja. Aber weisst du, so feine Spiesschen vom Holzhofer-Grill. Also die würden mich schon auch lusten.